Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Der Ausbruch des tödlichen Ebola-Fiebers seit Beginn diesen Jahres traf die westafrikanischen Staaten unvorbereitet und mit voller Wucht. Bereits 4000 Opfer hat die Katastrophe gefordert. Blick aktuell unterstützt die Hilfsorganisation Humedica in ihrem Kampf gegen die Krankheit. Humedica engagiert sich bereits seit 1979 in den Krisenländern der Dritten Welt. Auf Bitten des liberianischen Gesundheitsministeriums initiierte die Organisation umgehend Hilfsmaßnahmen und unterstützt das am stärksten von Ebola betroffene Land Liberia mit Hilfsgütern. Die medizinischen Helfer vor Ort haben es oft schwer, den Betroffenen in ihrem Leid beizustehen. Die Menschen sind verunsichert und medizinische Infrastruktur fehlt. Mit einer Spende können auch Sie Humedica unterstützen. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. 컨ge 기 distracted mit sólo Aufmerksamkeit ist die autre ボsregen. Uhr Prevention ingl Sch Is To Sie Know DIRE